Oh shit! Du Armer, hast du dir weh getan? Nee, ich mach nur Liegestützen. Ich mach jeden Tag 1000, dachte ich, hier kann ich auch ein paar machen. Hier bin ich auf dem Weg zu meinem besten Freund und habe keine Ahnung, was mich noch erwartet. Ich hätte nicht gedacht, dass seine Mutter, ach was quatsch ich hier groß rum. Auf jeden Fall sollte dieser Tag noch eine ganz schön verrückte Wendung nehmen. Aber bevor ich zu viel rumlabere, seht euch einfach selber an, was mir passiert ist. Viel Spaß! Oh Gott, was soll das denn hier? Was soll das? Die haben mich, die haben mich zu Tode erschrockt. Machen Sie das immer so, sich an die Leute anschleichen wie Nenja? Das ist ja wohl nicht ganz dicht. Ja, was springen Sie denn hier an meine Hauswand? Das ist Ihr Haus? Das wusste ich ja nicht. Ich dachte, das wäre das Haus von, von, von jemand anderem. Da möchte ich mich natürlich entschuldigen, ja? Ähm, ah, ich habe hier gerade Entschuldigung. Boah, das ist ja ekelhaft. Ähm, ja, wie gesagt, tut mir leid, ähm, ich müsste dann auch los, ja? Schönen Tag Ihnen. Und wer macht jetzt die Pisse vor meinem Haus weg? Na, wie läuft's? Was, was? Kennst du doch. Wie war's bei den Frauen? Hm, ich sag mal so, da hab ich's wie die Indianer beim Jagen. Wie meinst du das denn? Na hier, den Bogen raus. Deine Sprüche sind so Gülle, ne? Du bist neidisch, weil dich so wortgewandt bin und die Frauen mir praktisch zu Füßen liegen. Na sicher. Ja, sicher. Das ist eine Bude, muss ich sagen, die ist echt nice. Und alleine hier? Ne, mit meiner. Oh, Entschuldigung. Stoffenergie. Alles gut. Wow. Und sie sitzt vor mir und schaut mich an so und du siehst so Tränen in den Augen, weil sie mich so toll findet und sie sagt, Nelson, du bist der schönste Mann, den ich je gesehen habe. Und ich schaue sie so an. Egal, wenn du mich so angeguckt hättest und ich die Frau wäre, ich wäre direkt weg gewesen. Du bist so ein Kreisgarten. Du kannst wirklich gar nichts. Wirklich gar nichts. Fakt ist, als ich meine Muskeln angespannt habe, die hat mich angeguckt und du dachtest, die kippt gleich um. Das hat dir gefallen, was sie gesehen hat. Jedenfalls habe ich dir gesagt, dass ich jetzt Reitstunden nehme. Du reitest auf Pferden. Ich reite auf Markus. Wer ist Markus? Mein Pferd. Ich kann jetzt reiten wie die Profi. So eine Leine schön locker lassen und mit den Füßen in die Seite und dann, na hier. Ich habe noch Glück, Berg und Dörren und das wird reiten. Ich bin wieder zu Hause. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war deine Mom? Ja, wieso fragst du? Nur so, nur so. Ich würde mal auf Toilette gehen. Wo ist die? Den Gang runter und dann rechts. Ah, danke du auch. Ich habe das Gefühl, ich kann sie riechen. Magisch. Und ein Abseil. Oh, Entschuldigung. Alles gut, ich habe mir nur schnell etwas Entspannteres angezogen. Ja, sieht sehr entspannt aus. Ist es auch. Sag mal, kannst du mir den Stoff hinten gerade ziehen? Ähm, ja klar. Ich kenne mich super aus mit Stoff. Jetzt nicht drohen. Mein Onkel war ja Schneider. Der hat mir alle Tricks gezeigt. Können wir schon hin. So, wieder klapp. Praktisch, alles klapp gelaufen. Dankeschön. Und du bist dir ganz sicher, dass dein Onkel dir alle Tricks gezeigt hat? Ähm, vermutlich nicht alle, aber... Die meisten. Cool. Ich gehe da mal in die Küche ein bisschen aufräumen. Ähm, machen Sie das. Gutes Gelegen, ja? Dennis' Mom ist ja der Wahnsinn. Nelson, du bist ein geiler Sack. Und keine Frau kann dir widerstehen. Warum? Weil du ein Krieger bist. Ah! Hu, hu, hu! Oh, shit! Du ekliger, schon mal was von einem Taschentuch gehört? Ja, ist doch gut. Hat halt nichts gejuckt. Ja, es juckt mich nicht, dass es gejuckt hat. Du fingerst deine Nase und was weiß ich noch mit dieser Hand. Und dann kriege ich den Sack, den du an deiner Hand hast, an meiner Hand. Und das ist die Hand, mit der ich esse, mit der ich mir zärtlich übers Gesicht streiche. Lass das! Ja, ist doch gut, du Moralapostel. Beim nächsten Mal nehme ich mir ein Taschentuch. Ja, mach das. Ist dein Dad zu Hause? Meinen Eltern sind nicht mehr zusammen. Ach, was für eine Tragödie. Welcher Oberbeit hat deine Mom? Was? Ähm, welcher Oberbereitet am besten an? Was quatschst du da? Ich müsste nochmal aufs Klo. Du warst doch schon auf Toilette. Ja, ich hab halt ne schwache Blase. Du Armer, hast du dir wege Zeit? Äh, nee, ich mach nur Liegestützen. Ich mach jeden Tag 1000. Dachte, hier kann ich auch ein paar machen. Ah, der sportliche Typ. Genau, der sportliche Typ. Aber ich würde sagen, eher der Abenteurer. Ich weiß nicht, was mit mir nicht stimmt, aber ich bin süchtig nach Adrenalin. Deshalb springe ich auch zweimal die Woche Fallschirm. Du springst Fallschirm? Ich auch. Von welcher Marke ist dein Schirm? Cool. Ähm, woher der Fallschirm ist? Ähm, also mal, ich hab den Fallschirm von, von, von Killogs. Hm, machen die nicht Cornflakes? Ähm, auch. Und Fallschirme. Ähm, aus Weizen. Fallschirm aus Weizen? Das klingt aber nicht sehr sicher. Ist es auch nicht, aber ich sag dir, ich liebe das Adrenalin. Hm. Dennis' Mom ist einfach die coolste Mom der Welt. Es ist, als würden wir uns schon 1000 Jahre kennen. Ich wünschte, unsere gemeinsame Zeit würde nie enden. Aber das wird sie wahrscheinlich. Sie ist schließlich die Mutter meines besten Freundes. Naja, mal schauen, was noch so geht. Hey Siri. Wer ist der Schönste im ganzen Land? Du bist am schönsten hier, aber... Quatsch. Du bist eindeutig am schönsten. Danke, Siri. Warte mal. Wo bleibt denn der Fettsack eigentlich? Ich guck mal. Mom, hast du Nelson gesehen? Ich glaub, dein Freund ist vorhin ins Bad gegangen. Das war vor 40 Minuten. Vielleicht hast du halt was gegessen? Keine Ahnung, kann sein. Na, ähm, kommst du? Ja. Sag mal, ähm, glaubst du an Liebe auf den ersten Blick? Alter, du sitzt 40 Minuten auf Toilette und dann denkst du an Liebe auf den ersten Blick? Ja, könntest du mir vielleicht einfach mal antworten? Ja, keine Ahnung. Kann schon sein, dass es sowas gibt. Wieso auch nicht? Du hast recht. Wieso auch nicht? Ähm, du, ich geh jetzt mal zum Fußballtraining. Willst du dann hier warten oder fährst du nach Hause? Hm, ich würd eben hier warten. Du könnt ja später noch was zocken oder so. Alles klar. Ich geh da mal. Alles klar. Bis später. Tschüssi. Sehen wir uns nachher. Ganz alleine hier? Ja, ähm, ihr Sohn ist beim Fußball. Und du spielst nicht gern mit Bällen? Ha, nicht mehr. Ja, ich bin über die Jahre zu gut geworden und so langweilig immer zu gewinnen. So, so? Das ist echt ein tolles Sofa hier, was? Ja, man versinkt förmlich drin. Genau wie Dennis Finger in seiner Nase. Hm, soll ich ehrlich sein? Nee, soll mich anlügen. Natürlich sollen sie ehrlich sein. Ich behalte doch alle Geheimnisse für mich. Oh, wie lieb. Klar, ich bin seit der Scheidung schon ganz schön einsam. Also manchmal mag ich die Freiheiten, aber mir fehlt auch die Nähe eines Mannes. Darf ich auch ehrlich zu Ihnen sein? Ich bitte darum. Hm, ich hab die schöne Vase in Ihrem Bart kaputtgeschlagen. Frechstags. Ja, ähm, und ich liebe dich. Und ich liebe dich. Dino, was ist denn, was ist denn hier los? Ja, wenn sie noch ein nächstes Mal nochmal in mein Haus pinkeln, dann hau ich sie wieder bewusst los. Wo ist Dennis' Mom? Wer zur Hölle ist das? Ähm, das war ein Traum? Das war ein Traum? Entschuldigung, dass ich an ihr Haus gepinkelt habe, aber ich muss jetzt zu Dennis und seiner hotten Mom. Schönen Tag, ja? Was labert der denn für einen Scheiß? Das war das Video, Leute. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gute... Ich kann kaum noch reden. Es hat super Spaß gemacht, mit den beiden zu drehen. Vielen Dank an dich, Bianca, dass du dabei warst. Ihr Instagram ist unten verlinkt. Ich folge dir unbedingt richtig cooles Mädchen. Und Dennis auch folgen. Sein Instagram ist auch verlinkt. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass du dich bei dir hast. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und genau, schreibt gerne Kommentare zum Video in das Kommentarfeld. Mein Deutsch ist heute wirklich eine Katastrophe. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns schon beim nächsten Mal. Peace. Wer zum Teufel ist Markus? Nein, Pferd. Ich kann jetzt reiten wie die Profis. Die Leine schön locker lassen. Füße in die Seite. Dann mit Galopp und dann. Da fahr ich jetzt nicht vor. Dann sagst du direkt schon rein. Also, ich gucke, wo ich angeeckelt habe. Ich mache diesen Blick und du guckst da so. Ja, okay, okay, okay. Komm, bitte. Okay. Nochmal, oder? Ja, los. Jetzt hör mal raus, ja. Oh mein Gott, das ist schon so lang. Ja, toll, dass du da warst. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht. Ja, hat mega Spaß gemacht. Wirklich? Ja, war echt cool. Schon eine tolle Frau, ne? Also, es gibt ja viele, wo man sagt, sie sind nicht so toll, aber du bist schon. Ey, du hast schon was, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, schön. Was machst du heute noch? Na, ich gehe noch mit einer Freundin was essen. Ja, klingt ja toll. Ja. Oder, das kommt jetzt wahrscheinlich völlig überraschend, man sagt, dass man praktisch zusammen noch irgendwie ein Kaffeechen trinkt und so. Und dann könntest du danach mit zu mir kommen, ein Kaffeechen oder so. Nee, du, sorry. Ja, oder wenigstens mal, dass wir uns später mal treffen, an einem anderen Tag. Nein. Hm. Ja, cool. War echt cool, dass du da warst, ne? Ja, alles auch. Ciao. Kommt nach Hause. Tschüss. Tschüss. War ja nur Spaß. 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 Vielen Dank.